So, die Festplatte läuft, beziehungsweise ist angenommen. Was heißt das? CRC-Prüfung. Datenfehler. Auf E kann nicht zugegriffen werden. Was bedeutet das? Ja, das Ding ist nämlich, er soll darauf zugreifen und es passiert einfach gar nichts. Das ist mir ein bisschen scheiße. Wenn einer da irgendwas weiß, soll er mir das mal in die Kommentare hören. Das wäre mir mal sehr von Vorteil. Weil die im Shop, also, die im Shop meinen, ich soll es 100.000 Mal probieren. Irgendwann wird es schon klappen, aber, naja, nicht wirklich.